Juhu Leute, ich war bei Nordsee und dort gibt es Plant Based Vich. Drei an der Anzahl Spicy Tuna Baguette Vegan, was ich auch gleich testen werde, Back Vich Baguette und eine Garnelenbox, die aber leider leer war. Hier sieht man das gute Stück. Der pflanzliche Thunfisch ist auf Sojabasis und wurde mit einer Chili Creme vermengt, weshalb alles die Farbe rot hat. Natürlich ist Salat drauf und wie man unschwer erkennen kann, auch Röstzwiebeln in einem Meerkorn Baguette. Jetzt wird erstmal ordentlich reingebissen. Erstaunt geguckt. Der erste Eindruck konnte anscheinend überzeugen. Zum Vergleich, so schaut das Spicy Tuna Baguette Vegan in der Werbung aus und so, wenn es gekauft auf dem Teller liegt. Der Preis dafür beträgt 3,99 Euro, mit Nordseegutschein gab es dies für 3,29 Euro. Findet ihr den Preis angemessen? Kommen wir zu den Nährwerten. Eine Portion, was ein Baguette umfasst, hat 669 Kalorien. Schauen wir uns die Zutaten an. Die pflanzliche Thunfisch-Alternative ist auf Sojabasis in Chili Creme mit Kapern. Ich muss ehrlich sagen, dass das Baguette nicht extrem nach Fisch geschmeckt hat. Trotzdem ist es eine wunderbare Thunfisch-Alternative von der Konsistenz her. Von der Chili Creme mit den Kapern habe ich gar nichts geschmeckt. Es war überhaupt nicht spicy, womit eigentlich geworben wird. Dann war da noch, wie beschrieben, Rotkrautsalat drauf. Also Rotkohl, wie man das richtig nennt. Das finde ich sowieso lecker, da ich generell Rotkohl, egal ob auf Bürgern, Pizzen oder Baguettes mag, natürlich auch klassisch zu Klößen. Eine Soße mit Cheddar-Geschmack habe ich auch komplett vermisst. Da hat nichts nach Käse geschmeckt. Ich hatte mir die Zutaten nicht vorher angeschaut, weshalb ich dachte, da wäre gar kein Käse drauf. Dann natürlich die Röstzwiebeln, was ich auch super fand in Kombination mit dem Thunfisch. Sie haben ihn etwas ummantelt. Ich muss sagen, das hat auch größtenteils das ganze Baguette ausgemacht. Dies macht mir aber überhaupt nichts, da ich Röstzwiebeln liebe. Und dann gab es noch etwas Salat mit dem Meerkorn-Baguette. Beides war auch sehr lecker. Ich mag auch Meerkorn sehr gerne. Alles in allem ein leckeres Baguette, was ich bestimmt nochmal kaufen werde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr das Baguette ja auch schon mal getestet. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Lebtag. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!